Willkommen bei der Albert Bibel GmbH. Mein Name ist Florian Bibel, geschäftsführender Gesellschafter. Wir fertigen Robigeteile für die Land- und Baumaschinenindustrie. Wir fertigen seit 1985 Robigeteile. Seit 2012 haben wir uns für die Tube-Inspektor-Firma Icon bzw. Hexagon entschieden und seit 2021 haben wir das neue P16 II. Wir fertigen Robigeteile von 3 bis 100 mm, von ca. 100 mm bis 3 m Länge, im kleinen Mittelserienbereich und sind hier auf eine flexible genaue Lösung angewiesen, welche die Tube-Inspekt uns ermöglicht. Die einfache Messung der Hexagon Tube-Inspekt ermöglicht es unseren Mitarbeitern wiederholgenaue, präzise Messungen durchzuführen. Binding Studio ermöglicht es uns sehr einfach, detaillierte und präzise Messberichte anzufertigen. Unsere Kunden schätzen die sehr detaillierten und präzisen Messungen und Berichte. Diese können unsere Mitarbeiter mit Binding Studio sehr einfach und sehr schnell anfertigen. Musik 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 Musik